Das war's, dass du uns reingebracht hast. Oh, Feuer, Glimmer. Lieber zurücktreten. So, geht es dir gut? Ja, ich schaffe das. Es muss doch einen Weg rausgeben. Ja, ich schaffe das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, mach den. Ja, mach den. Ja, mach den. Da! Da ist ihre Schwachstelle! Ich würde Säure empfehlen! In den Kampf! Ich tue, was es tun muss! Ich geb mir Mühe! Ja! 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 Dann fliegen Sie! Das kommt auch. Ichудь zur Syria! Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Das war's für heute. Eine Lüftung. Ich glaub, ich kann sie verblühen. Der Eingang zum Komplex. Sieht aus, als wäre er verschlossen. Der Eingang zum Komplex. 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 Stellt das Szenario 12C15 ein. Okay, dort müssen wir hin. Initiere Umwandlungsprozess. Initiere Biomasse Umwandlungsprozess. Was? Nein, 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 nein! Wie schalte ich dieses Ding aus? Abfallsicherung überschritten. Tiss kann nicht abgebrochen werden. Was ist das? Das Ende der Welt. Test abgeschlossen. Struktur der Integrität mit Diamant-Ranken. Nicht beanträchtigt. Was war das da gerade? Ja, bitte. Alva, triff mich unten. Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulmer. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Das ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das ihr auffällt. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht füllen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen. Gott, ich hoffe es. Ich versteh nicht. Deine Ahnen, sie wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, das irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären, aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte. Mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu. Und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber... Jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Oh, noch ein Labyrinth. Aber der Weg zur Wahrheit verläuft niemals gerade. Diese... Heimblumen. Die in den Daten... Diamantranken... Sie sollten die Zerstöbel stoppen, die die Zeit der Asche verursacht. Sieht so aus. Sieht so aus, das ist tot Leben. Sieht so aus. Sieht so aus, ich glaube fast. Ich hab noch gar nicht gedacht. Bist du auf der Gegend? Nein. Ich bin an einem Ort weit im Osten aufgewachsen. Oh, dann sind wir beide weit gereist. Kalt und feucht hier unten. Das ist es. Okay, finden wir einen Weg zum Erprobungsgelände. Dieser Komplex ist wohl die Teststation E-Foi. Was ist denn? Okay. Ja. Die macht sich unsichtbar? Wir müssen sie erledigen um in die Teststation zu kommen. Wir müssen kämpfen! Ja. Wir tun was wir müssen. Wir müssen sie zuerst nehmen! Au! Hup! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.